Ja, willkommen zurück. Wir haben beim letzten Mal den Satz von Rice bewiesen, nämlich dass wenn e eine semantische und nicht triviale Eigenschaft von Turing-Maschinen ist, dass es dann unentscheidbar ist zu entscheiden, ob eine gegebene Turing-Maschine diese Eigenschaft hat oder nicht. Dafür wollen wir jetzt ein bisschen Übung bekommen. Wir wollen also ein bisschen uns Eigenschaften angucken und immer uns überlegen, ist das eine semantische Eigenschaft, ist es eine nicht triviale Eigenschaft. Denn nur dann sagt dieser Satz von Rice was aus über dieses Problem hier. Also fangen wir mit semantischen Eigenschaften an. Eine semantische Eigenschaft, das ist eine Eigenschaft von einer Turing-Maschine, die nur davon abhängt, was L von M ist, also was die von dieser Turing-Maschine erkannte Sprache ist. Das heißt, das sind Eigenschaften, bei denen, wenn ich wissen will, so eine Turing-Maschine erfüllt M diese Eigenschaft oder nicht, dann reicht es zu wissen, was die von der Turing-Maschine erkannte Sprache ist, um zu sagen, ob diese Turing-Maschine die Eigenschaft erfüllt oder nicht. Oder nochmal anders ausgedrückt, wenn irgendwelche zwei Turing-Maschinen M und M' die gleiche Sprache akzeptieren, dann erfüllen entweder beide diese Eigenschaft oder keine erfüllt ist. Das sind semantische Eigenschaften. Und jetzt machen wir mal ein kleines Quiz. Ich habe hier eine Liste von Eigenschaften mal hingeschrieben, Eigenschaften von DTMs. Und ihr sollt jetzt mal überlegen, sind diese Eigenschaften semantisch oder nicht semantisch. Welche davon sind semantisch, welche davon sind nicht semantisch. Also macht mal auf Pause, überlegt euch das. Und ich zeige euch jetzt die Lösung. Also erste Eigenschaft ist L von M regulär. Das ist eine semantische Eigenschaft. Haben wir auch im letzten Video schon gemacht. Diese Regularität ist immer ein gutes Zeichen, wenn in dieser Eigenschaft, in der Formulierung der Eigenschaft, nur was von L von M steht und nicht von M direkt. Also wenn hier nur L von M vorkommt, dann ist das eine semantische Eigenschaft. Hängt nur davon ab, was L von M ist. Dann die Eigenschaft, hat M mindestens 42 Zustände? Das ist keine semantische Eigenschaft. Man könnte sagen, das ist eine syntaktische Eigenschaft. Die hängt von der konkreten Turing-Maschine M ab. Die hängt aber nicht von der Sprache ab. Und um sich wirklich zu überlegen, dass es wirklich keine semantische Eigenschaft ist, können wir jetzt das hier benutzen. Das hier gilt nicht für diese Eigenschaft. Denn wir können zwei Turing-Maschinen angeben, die die gleiche Sprache akzeptieren. Aber die eine erfüllt diese Eigenschaft. Also die eine hat mindestens 42 Zustände und die andere nicht. Wir könnten zum Beispiel diese beiden Turing-Maschinen nehmen. Also die eine ist einfach die hier oben. Die hat nur einen einzigen Zustand. Was akzeptiert sie? Die leere Sprache. Diese ganze Turing-Maschine hier, die hat mehr als 42 Zustände. Die erfüllt die Eigenschaft, erkennt aber genau die gleiche Sprache. Wir haben zwei Turing-Maschinen. Die erkennen die gleiche Sprache. Die hier erfüllt die Eigenschaft. Sie hat mindestens 42 Zustände. Die hier erfüllt die Eigenschaft nicht. Wenn wir also nur die von der Turing-Maschine erkannte Sprache kennen, in dem Fall die leere Sprache, dann können wir noch nicht sagen, erfüllt die Turing-Maschine die Eigenschaft oder nicht. Damit ist es keine semantische Eigenschaft. Dann die nächste Eigenschaft, oder die nächste Frage. Hält die Turing-Maschine M auf der Eingabe Epsilon an? Auf Eingabe Epsilon anzuhalten, ist das eine semantische Eigenschaft oder nicht? Die Antwort ist nein, ist keine semantische Eigenschaft. Wir können uns nämlich diese beiden Turing-Maschinen hier angucken. Diese Turing-Maschine, die hält sofort an auf jedem Wort, also auch auf Epsilon. Diese Turing-Maschine, die hält auf Epsilon nicht an. Die geht dann sofort in eine Endlosschleife. Sie erkennen aber genau die gleiche Sprache. Sie erkennen beide die leere Sprache mal wieder. Und damit ist das keine semantische Eigenschaft. Dann die nächste Eigenschaft, ist die erkannte Sprache leer? Das ist eine semantische Eigenschaft. Hängt nur davon ab, was die Sprache ist. Und genauso die Frage, ist die Anzahl der Worte, die von M akzeptiert werden, größer gleich 10? Das hängt nur wieder von L von M ab, ist also semantisch. Vielleicht sieht es jetzt so aus, dass man das immer daran erkennt, dass da L von M drin steht. Ja, dann ist es semantisch. Ich hätte das ja auch anders formulieren können. Ich hätte ja auch schreiben können, akzeptiert M mindestens 10 Worte. Das ist genau die gleiche Eigenschaft, aber ich hätte nicht von L von M gesprochen. Also, man muss schon ein bisschen vorsichtiger sein dabei. Hier habe ich es aber wieder zu einfach gemacht. Ist L von M Turing erkennbar? Ich habe wieder nur von L von M gesprochen. Also, das ist auf jeden Fall eine semantische Eigenschaft. Dann die Frage, überschreibt M bei der Eingabe A, B, B, A jemals ein Blank? Das ist keine semantische Eigenschaft, denn wir könnten wieder zwei Turing-Maschinen angeben, die die gleiche Sprache akzeptieren, aber eine, die wird bei Eingabe A, B, B, A irgendwann mal ein Blank überschreiben und die andere nicht. Ich habe jetzt keine Lust, die beiden Maschinen tatsächlich anzugeben, aber ich kann sie euch beschreiben. Wir können das wieder so machen, dass sie einfach beide die leere Sprache akzeptieren. Also, die haben einfach beide gar keine Endzustände, dann akzeptieren sie auf keinen Fall irgendein Wort. Wir machen es aber so, die eine guckt, ob da A, B, B, A auf dem Band steht und wenn ja, dann läuft sie noch einen Schritt weiter, überschreibt das Blank mit einem A zum Beispiel und dann stoppt sie und die andere, die stoppt einfach immer sofort. die überschreibt gar nichts und dann haben wir zwei verschiedene Maschinen. Die eine wird bei Eingabe A, B, B, A ein Blank überschreiben, die andere wird es nicht tun, sie erkennen die gleiche Sprache, ist also dann keine semantische Eigenschaft. Und die letzte Eigenschaft, ist L von M überabzählbar unendlich? Also, die Frage hat L von M überabzählbar unendlich viele Wörter drin. Auch das ist nur eine Eigenschaft von L von M und somit ist es auch eine semantische Eigenschaft. Okay, das sind also semantische Eigenschaften und der Satz von Rice, der sagt uns ja jetzt, all diese Eigenschaften hier sind unentscheidbar. Richtig? Nein, falsch. Es gab noch eine weitere Sache, die die Eigenschaften erfüllen müssen. Es müssen nicht triviale Eigenschaften sein. Vielleicht wäre hier jetzt aufgefallen, beim letzten oder auch schon beim vorletzten, es gibt überhaupt keine Sprachen mit überabzählbar unendlich vielen Worten drin. Jede Sprache ist immer nur abzählbar unendlich höchstens. Das heißt, das ist zwar eine semantische Eigenschaft, die Antwort würde aber immer Nein lauten. Also, gegebene Turing-Maschine, Frage, ist L von M überabzählbar unendlich? Da ist die Antwort immer Nein. Und bei einem Problem, wo die Antwort immer Nein ist, das ist natürlich nicht unentscheidbar. Man kann das entscheiden. Man sagt einfach immer sofort Nein. Deswegen hatten wir noch diesen anderen Zusatz hier. Wir brauchen nicht triviale Eigenschaften. Also, was ist eine triviale Eigenschaft? Das kriegen wir hier noch hin. Das ist eine Eigenschaft, die entweder jede DTM erfüllt oder gar keine. So, dann guckt nochmal nach hier. Haben wir hier triviale Eigenschaften dabei? Also, eine habe ich gerade schon genannt. Ist L von M überabzählbar unendlich? Das ist eine triviale Eigenschaft, denn die Antwort, die lautet immer Nein. Seht ihr noch mehr? Triviale Eigenschaften? Hier, zum Beispiel, ist L von M Turing erkennbar? Das ist auch eine triviale Eigenschaft, denn die Antwort hier drauf lautet immer Ja. Wenn wir irgendeine Turing-Maschine M haben, dann ist nach Definition L von M eine Turing erkennbare Sprache. Die Antwort lautet also immer Ja und somit ist das auch entscheidbar. Ein Entscheidungsverfahren für diese Frage, gegebene Turing-Maschine, Frage ist L von M Turing erkennbar? Die antwortet einfach immer sofort Ja. So, alle anderen Eigenschaften, die hier jetzt übrig sind, sind keine trivialen Eigenschaften. Das heißt, also, was heißt denn eine nicht triviale Eigenschaft? Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine, die die Eigenschaft erfüllt. Es gibt auch eine, die sie nicht erfüllt. Ja, und das könnt ihr euch jetzt für all diese Eigenschaften überlegen. Es gibt eine Turing-Maschine, die akzeptiert eine reguläre Sprache und es gibt auch eine, die akzeptiert eine nicht reguläre Sprache. Hatten wir gesehen, die leere Sprache zum Beispiel ist regulär. A hoch N, B hoch N ist nicht regulär. Und für beide gibt es eine Turing-Maschine, die diese Sprache erkennt. Genauso diese hier. Also, es gibt eine Turing-Maschine, die akzeptiert die leere Sprache. Ja, einfach die immer sofort alles verwirft. Es gibt auch eine Turing-Maschine, die akzeptiert nicht die leere Sprache. Zum Beispiel die, die sofort alles akzeptiert. Ja, und so weiter. Könnt ihr euch jetzt überlegen, diese Eigenschaften, die sind alle nicht trivial. Die hier übrigens auch. Ja, aber die sind ja sowieso schon raus für unseren Satz von Rice. Ja, die sind ja nicht semantisch. Was jetzt also übrig bleibt, die semantischen und nicht trivialen Eigenschaften. Das sind diese drei Eigenschaften hier. Das heißt, für diese drei sagt uns der Satz von Rice, diese Probleme sind unentscheidbar. Gegebene Turing-Maschine ist L von M regulär, unentscheidbar. Gegebene Turing-Maschine ist die Sprache, die davon erkannt wird, leer, ist unentscheidbar. Gegebene Turing-Maschine akzeptiert die mindestens zehn Worte, ist unentscheidbar. Das sind unglücklicherweise jetzt genau die Beispiele, die wir sowieso schon mit Reduktionen gesehen haben. Deswegen schreibe ich jetzt einfach nochmal zwei Eigenschaften dazu. Okay, sorry, war ein bisschen schlecht geplant irgendwie. Aber damit ihr noch ein bisschen neue Beispiele seht, also zum Beispiel ist L von M genau diese Sprache hier, die genau diese beiden Wörter akzeptiert, nämlich nur Abracadabra und Moin. Das ist eine semantische Eigenschaft und die ist auch nicht trivial. Es gibt Turing-Maschinen, die akzeptieren genau diese beiden Wörter und nichts anderes und es gibt auch Turing-Maschinen, die akzeptieren andere Worte als diese beiden hier. Ist also eine nicht triviale und eine semantische Eigenschaft und auch diese letzte Eigenschaft hier ist semantisch und nicht trivial. Also akzeptiert M alle Worte, die mit A beginnen. Das ist semantisch. Ich könnte auch sagen, enthält L von M alle Worte, die mit A beginnen. Also es hängt wieder nur von der Sprache ab. Und es ist auch nicht trivial, denn es gibt Turing-Maschinen, die akzeptieren alle Worte, die mit A beginnen. Zum Beispiel die Turing-Maschinen, die einfach alles akzeptiert. Die akzeptiert auch alle Worte, die mit A beginnen. Und es gibt Turing-Maschinen, die erfüllen es nicht. Zum Beispiel die Turing-Maschine, die gar nichts akzeptiert, die die leere Sprache akzeptiert. Die akzeptiert nicht alle Worte, die mit A beginnen. Ist also semantisch, ist nicht trivial. Das heißt, das ist auch unentscheidbar. Gegeben eine Turing-Maschine, Frage, akzeptiert sie alle Worte, die mit A beginnen. Ist unentscheidbar. Genauso wie zu entscheiden, akzeptiert eine Turing-Maschine genau diese Sprache hier. Okay, also ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was der Satz von RISE ist, wie man ihn anwenden kann. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.